Das Café am Rande der Welt John Strelicky Eine Erzählung über den Sinn des Lebens Einleitung Was drin ist für dich? Erfahren, wie du ein erfülltes Leben führst. So hatte sich der Gästreste-Manager John seinen Urlaub nicht vorgestellt. Der Highway ist wegen eines Unfalls gesperrt, sein Umweg über Land führt ihn in die absolute Ödnis, und dann geht auch noch der Sprit zur Neige. Statt einer Tankstelle findet er nur ein seltsames, kleines Kaffee, das Café der Fragen. Er kehrt ein und gerät unversehens in ein philosophisches Gespräch, das sein Leben grundlegend in Frage stellt. Kernaussage 1 Jeder hat es selbst in der Hand, ein erfülltes Leben zu führen. Gehörst du zu den Menschen, die ihr Leben ganz okay finden? Du findest deinen Job manchmal frustrierend, aber insgesamt in Ordnung. Du hast gute Freunde und kannst finanziell auch nicht klagen. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass etwas fehlt. Warum? Ganz einfach, weil ein gutes Leben nicht automatisch ein erfülltes ist. Darauf ist auch John gestoßen, als er in dem kleinen Café in der Einöde auf sein Frühstück wartet und auf der Rückseite der Speisekarte drei Fragen vorfindet. Warum bin ich hier? Habe ich Angst vor dem Tod? Führe ich ein erfülltes Leben? Auf Johns Nachfrage erklärt ihm Casey, die Serviererin, was es damit auf sich hat. So müsse er zunächst herausfinden, warum er überhaupt hier ist. Und zwar nicht hier im Café, sondern hier auf der Welt. Was macht ihm Freude? Womit will er seine Lebenszeit verbringen? Um ein erfülltes Leben zu führen, müsse er seinen Zweck der Existenz finden. Als John nur verständnislos guckt, erzählt Casey ihm von ihrer besonderen Begegnung mit der grünen Meeresschildkröte. Beim Tauchen auf Hawaii hatte sie einmal versucht, einer grünen Meeresschildkröte hinaus ins offene Meer zu folgen. Bald musste sie feststellen, dass sie trotz größter Anstrengung kaum mit dem Tier mithalten konnte. Schließlich gab sie auf, ließ sich einfach vom Wasser treiben, und merkte, dass sie wieder aufholte. Da erst begriff sie, dass auch die grüne Meeresschildkröte die ganze Zeit über nichts anderes getan hatte, kam ihr eine Welle entgegen, paddelte sie nur gerade so viel, dass sie ihre Position halten konnte. Wenn die Welle zurück in den Ozean strömte, nutzte sie die Bewegung und ließ sich von ihr mitnehmen. Sie passte also ihre eigenen Kräfte denen der Strömung an. Viele Menschen machen es genau umgekehrt, sie strampeln und paddeln gegen jede Welle und verausgaben sich, ohne wirklich voranzukommen. Wer nicht seinem wahren Lebenszweck folgt, wird gegen eine unsichtbare Strömung ankämpfen. Und irgendwann ist man dann so erschöpft, dass man dann weder Zeit noch Kraft hat, seine wahren Wünsche zu verfolgen. Wir sollten also möglichst früh anfangen, das Leben wie die grüne Meeresschildkröte zu nehmen. Sonst paddeln wir nur weiter durchs Leben, ohne Sinn und Ziel. Kernaussage 2 Die Werbung vernebelt uns den Blick für unseren Zweck der Existenz. Ein paar Minuten TV-Werbung oder ein Blick auf die Werbeanzeigen der Hochglanz-Magazin genügen, um festzustellen, wie gezielt Werbeleute mit unseren Ängsten und Wünschen spielen. Ewige Jugend aus der Cremetube, Familienidylle aus der Schokopackung, Gewinnerfehling im neuen Auto. Alle diese Produkte versprechen uns das große Glück, auch wenn die Slogans es meist subtiler kommunizieren. Darüber weiß auch Anne zu berichten, eine Stammkundin im Café der Fragen, die sich mit John unterhält. Als ehemalige Führungskraft in der Werbebranche und selbst Opfer der glamourösen Werbeversprechen kennt sie sich bestens aus und erklärt John, wie die bunte Welt der Reklame uns von unserem eigentlichen Lebenszweck ablenken. Von klein auf werden wir mit Werbung bombardiert und unbewusst von deren Glücksversprechen beeinflusst. Wir glauben daran oder wollen zumindest in Erfahrung bringen, ob an der Sache etwas dran ist. Also suchen wir uns einen Job, um uns all die Dinge leisten zu können. Wenn wir den Job nur des Geldes wegen aussuchen, kann es sein, dass er uns nicht wirklich erfüllt, weil er nicht im Einklang mit unserem Zweck des Lebens steht. Um uns über den Frust und die entgangene Lebensfreude hinweg zu trösten, kaufen wir neue Dinge. Doch auch die wollen bezahlt werden, ein Teufelskreis entsteht. Es ist nichts falsch daran, sich Dinge zu kaufen und Geld zu seinem eigenen Vergnügen auszugeben. Zum Problem wird dieses Verhalten erst, wenn wir aus einer inneren Unzufriedenheit heraus konsumieren und uns unser Leben schön kaufen wollen, statt echte Veränderungen in Angriff zu nehmen. Vielleicht täte es auch ein schlechter bezahlter Job, der uns aber mehr Spaß macht? Und muss es wirklich die vier, Zimmer, Wohnung in Bestlage sein, auch wenn die Freundin schon vor einem Jahr ausgezogen ist und wir sowieso kaum zu Hause sind? Je mehr finanzielle Verpflichtungen wir haben, desto stärker sind wir ans Geldverdienen gebunden und desto schwerer wird es, unserem eigentlichen Lebenszweck nachzugehen. Die gute Nachricht dabei ist, viele unserer Blockaden existieren nur in unserem Kopf. Trotz allem, was uns die Werbung weismachen will, wir haben jederzeit die Kontrolle über unser Leben und können uns entscheiden, uns auf die Suche nach unserer Bestimmung zu machen. Aber noch eine weitere Hürde kann uns dieses Unterfangen erschweren. Kernaussage 3 Ein selbstbestimmtes Leben ist nicht nur erfüllter, es kann uns auch die Angst vor dem Tod nehmen. Wie wird Papa es verkraften, wenn ich nicht Architekt, sondern Maurer werde? Was wird Mama wohl dazu sagen, wenn ich Schauspielerin werde, anstatt Jura zu studieren? Und vor allem, was werden die Nachbarn sagen? Nicht nur Werbung und Konsum können uns von unserer Lebensbestimmung abbringen. Auch unser gesellschaftliches Umfeld sowie unsere Familie und Freunde haben ihre Hand im Spiel. Wir reden uns gerne ein, dass wir unsere Lebensentscheidungen unabhängig treffen. Doch in Wahrheit sind sie geprägt von den Erwartungen, Konventionen und Normen anderer. Sich davon freizumachen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstbestimmung. Im Café der Fragen hört John dazu die Geschichte von einem Mann, der einen wiederkehrenden Traum hatte. Er war im echten Leben ein guter Golfer. Im Traum aber lag der Golfball zum Abschlag immer an besonders schwierigen Stellen, sodass er nie eine Chance hatte, den Ball anständig zu treffen. Eines Nachts, als er wieder vor einem unmöglichen Golfabschlag stand, kam ihm die Idee, er legte den Ball einfach woanders hin. Es gelang und er war glücklich. Doch viel wichtiger noch, niemand kümmerte sich darum, von wo er spielte. Aber was hat das nun mit der Angst vor dem Tod, also der zweiten Frage auf der Speisekarte, zu tun? Wie in John erklärt, eine Menge. Denn Menschen, die sich aus Angst nie den metaphorischen Golfball selbst zurechtlegen, fürchten am meisten den Tod. Wenn sie sich nämlich immer den Erwartungen anderer beugen und nie ihrer Bestimmung nachgehen, läuft ihnen früher oder später die Zeit davon. Und der Tag, an dem sie auf ihrem Sterbebett liegen und verbittert auf ihr Leben zurückblicken, rückt immer näher. Statt dich also in ein deiner Familie und deinen Freunden gefälliges Leben zu zwingen, das dich unzufrieden und unerfüllt lässt, lege den Golfball an eine andere Stelle. An eine, die mit deinem Lebenssinn im Einklang ist. Bleibt nur noch die Frage, wie findest du diese Stelle? Kernaussage 4 Es gibt viele Wege, um den eigenen Zweck des Lebens zu finden. Egal, ob es Life Coaches, Horoskope oder Mondkalender sind, auf der Suche nach ihrer wahren Bestimmung suchen Menschen an den seltsamsten Orten Rat. Sie hoffen darauf, dass andere ihnen die langersehnte Antwort darauf geben, warum sie hier sind. In Wahrheit kann nur jeder selbst diese Frage beantworten. Den einen, richtigen Weg gibt es dabei nicht. Wir können allerdings ein wenig nachhelfen, indem wir einfach einmal die Dinge ausprobieren, die anderen Menschen bei der Suche nach ihrem Zweck des Lebens geholfen haben. Da gibt es viele Methoden. Manche ziehen sich zum Beispiel vermehrt zurück und verbringen mehr Zeit alleine, um in sich hineinzuorchen. Viele schwören auf Meditation. Andere hören ihre Lieblingsmusik und lassen dabei ihre Gedanken schweifen. Wieder andere streifen durch die Natur, gehen zu Yoga-Retreats oder unterhalten sich mit Wildfremden. Und einige finden ihre Antworten in Büchern. Je mehr verschiedene Dinge wir ausprobieren, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwo darunter auf unsere Bestimmung stoßen. Auch werden wir viele neue Gedanken und Ideen haben, die uns weiterbringen können auf unserer Suche, selbst wenn es doch noch nicht ganz das Wahre war. Aber woher wissen wir, welche Zukunftsvorstellung nun wirklich unserem Zweck des Lebens entspricht? Ganz einfach, indem wir bei allen neuen Erfahrungen auf die Resonanz im eigenen Inneren achten. Fühlst du dich wie elektrisiert, wenn du eine Kalligrafiefeder in die Hand nimmst? Möchtest du täglich weinen vor Glück, seit du YouTube-Videos drehst? Oder empfindest du eine tiefe Zufriedenheit, solange du nur an Autos herumbasteln kannst? Dann hast du vielleicht schon gefunden, was dich wirklich erfüllt. Nehmen wir also einmal an, es ist so, du hast deinen Lebenszweck gefunden. Herzlichen Glückwunsch, das ist schon die halbe Miete. Bleibt noch die Frage, was du damit anfängst und was du als nächstes tun solltest. Kernaussage 5 Jedem Menschen steht es frei, ob und wie er seinem Lebenszweck folgt. Du hast deinen Zweck des Lebens gefunden und nun fragst du dich, was du mit dieser Erkenntnis anfangen sollst. Die schöne und zugleich etwas unbefriedigende Antwort lautet, was immer du willst. Ein erfülltes Leben sieht für jeden anders aus, Romane schreiben, Biotechnologie studieren, Fußball spielen. Was für den einen Tod langweilig ist, kann für den anderen das Nonplusultra sein. Manche müssen dafür nur winzige Änderungen vornehmen, bei anderen sind es erst große Veränderungen, die sie ihrer Bestimmung näher bringen. Und manchmal kann sogar das Nichtstun der richtige Ansatz sein, um seinem Lebenszweck näher zu kommen. Kaffeebesitzer Mike erzählt John dazu eine Geschichte. Ein Geschäftsmann machte in einem abgelegenen Ort am Strand Urlaub und kam mit einem Fischer ins Gespräch, der auf ihn einen besonders glücklichen und zufriedenen Eindruck machte. Was er denn den ganzen Tag so mache, wollte der Mann von dem Fischer wissen. Morgens frühstücke ich mit meiner Familie, tagsüber fahre ich zum Fischen raus und abends verbringe ich Zeit mit meiner Frau, war die Antwort. Ob er nicht täglich etwas länger als sonst fischen wollte, um den dazu gewonnenen Fisch dann zu verkaufen, fragte der Geschäftsmann. Er könnte doch vom Gewinn neue Boote kaufen, weitere Fischer anstellen, ein Fischerei-Imperium gründen, sich mit einem Vermögen zur Ruhe setzen und dann nur noch tun, wozu er Lust habe. Der Geschäftsmann ereiferte sich immer mehr, doch der Fischer blieb völlig gelassen. Das mache ich doch schon heute, sagte er lächelnd und wünschte dem Mann guten Tag. Für manche Menschen ist also Gelassenheit der richtige Ratgeber, manch anderer hingegen braucht eine große Portion Mut, um das eigene Leben zu hinterfragen und große Veränderungen vorzunehmen. Denn manchen Menschen macht schon die bloße Vorstellung Angst, auch nur einen Zentimeter aus ihrer Komfortzone hinaus zu treten. Sie malen sich dann aus, was alles schiefgehen könnte. Doch das ist genau der falsche Ansatz, wir sollten stattdessen vom Bestmöglichen ausgehen. Denn ohne eine gute Portion Zuversicht werden wir unserem Zweck des Lebens nie näher kommen. Kernaussage 6 Wer seinem Lebenszweck nachgeht, zieht das Glück magisch an. Kennst du das? Du denkst dir nichts Besonderes, machst einfach nur, was dir Spaß macht, und auf einmal hast du einen Lauf und wirst mit glücklichen Zufällen nur so überhäuft. Die Frage ist, ist das wirklich nur Zufall oder ist da noch eine andere, eine magische Macht am Werk? Als Casey John auf dieses Phänomen aufmerksam macht, erinnert er sich an eine Bekannte, die ihren Lebenszweck offenbar gefunden hatte. Sie ging ganz in ihrer Arbeit auf und schien überdurchschnittlich häufig Glück zu haben. Einmal bewarb sie sich zum Beispiel Für eine eigentlich aussichtslose Stelle und plötzlich meldete sich ein alter Studienkollege, der ganz zufällig die Firma kannte und ihr den Auftrag verschaffte. Aber ist das nicht einfach nur glückliche Fügung? Und warum sollten Menschen, die ihrer Bestimmung nachgehen, häufiger Glück haben als andere? Zur Antwort erzählt Casey von der Theorie der exponentiellen Steigerung. Das Prinzip der exponentiellen Steigerung funktioniert wie ein Kettenbrief. Wenn jemand das tut, was er will und was ihn erfüllt, dann verändert sich seine ganze Ausstrahlung. Seine Augen blitzen auf, wenn er nur davon erzählt. Die Energie ist so ansteckend, dass du gerne bereit bist zu helfen und es auch anderen Leuten weitererzählst, die sich nun von deiner Leidenschaft für das Thema infizieren lassen und es ihrerseits weitererzählen. Ein Stein kommt ins Rollen. Die Erklärung dafür ist einfach, Menschen, die ihrem Lebenszweck nachgehen, haben ein besonderes Charisma. Wir wollen sie unterstützen, wollen teilhaben an ihrem Erfolg. Steve Jobs war auf den ersten Blick ein unscheinbarer Mann, aber seine Begeisterung für Apple sprang über und machte den Konzern erfolgreich. Musste er anfangs noch für seine Ideen werben, kamen seine Anhänger später in Scharen und von ganz allein, um an seiner Vision teilzuhaben. Doch man muss sich nicht auf sein Charisma oder sein Glück verlassen. Menschen, die ihren Zweck des Lebens gefunden haben, begeistern sich für ihr Thema, lernen alles darüber und werden immer besser in dem, was sie tun. Auch das steigert die Chancen, dass alles gut läuft. Was aber, wenn deine Traumbeschäftigung dir kein Millionengehalt einbringt? Wenn dich solche Ängste zurückhalten, dann frage dich, was schlimmstenfalls passieren könnte. Ja, womöglich wirst du nicht mit 65 ausgesorgt haben und musst noch weiter arbeiten. Aber wäre das wirklich so schlimm, wenn du dafür jeden Tag voller Freude aufstehen könntest, weil du liebst, was du tust? Ein Leben im Einklang mit deinen eigenen Bedürfnissen garantiert keine Millionen. Aber es bringt eine Lebensqualität, die mit keinem Geld der Welt zu kaufen ist. Zusammenfassung Wir haben jederzeit die Möglichkeit, ein erfülltes Leben zu führen. Dafür müssen wir uns nur die Frage stellen, warum bin ich hier? Und uns die Zeit nehmen, um unsere individuelle Antwort zu finden. Wichtig ist, dass wir uns freimachen von den Erwartungen anderer und uns vom Konsum als Betäubungsmittel lösen. Die Mühe lohnt sich. Denn wenn wir unseren Zweck der Existenz gefunden haben und unser Leben so umgestalten, dass wir jeden Tag tun, was uns wirklich mit Freude erfüllt, dann müssen wir keine Angst mehr vor dem Tod haben und werden auf magische Weise Menschen finden, die uns bei unseren Plänen unterstützen. Was du konkret umsetzen kannst Nimm dir regelmäßig Zeit, um zu tun, was dir Spaß macht. Reserviere täglich zum Beispiel eine Stunde, in der du nur Dinge tust, die dir wirklich Spaß bringen. Klinke dich in dieser Zeit aus deinen Alltagsverpflichtungen aus und mache einfach mal nur, was du willst. Damit gibst du deinem Lebenszweck die Chance, sich zu zeigen, beim Spazieren, beim Meditieren, beim Yoga etc. Durchschaue die Maschen der Werbung und hinterfrage deine Kaufgewohnheiten. Shoppen macht glücklich, aber meist nur kurzfristig. Reflektiere daher kritisch, inwieweit dir deine Käufe nur als Trostpflaster dienen, um dich von einem miesen Job oder einer unbefriedigenden Beziehung abzulenken. Überlege dir, wie du diese Probleme dauerhaft lösen könntest und wo dich dein Lebensstandard eher einengt, als dass er dir Freude bereitet. Mache neue Erfahrungen und probiere alles aus. Wenn du keine Ahnung hast, wo du bei der Suche nach deinem Zweck des Lebens anfangen sollst, trau dich und probiere etwas Neues. Du musst nicht gleich auf Weltreise gehen, es reicht auch, wenn du es zum Beispiel mit einem neuen Hobby versuchst, dich vielleicht einmal mit jemand völlig Fremden unterhältst oder sonst etwas tust, das du noch nie zuvor getan hast. Je mehr Verschiedenes du probierst, desto größer die Chancen, deine Bestimmung zu finden.